gestern war ich nicht ganz so glücklich mit den charts und hatte schon angedeutet dass irgendwie mir das alles nicht gefällt beide richtungen alle richtungen egal in welche richtung der markt sich im moment bewegt hoch oder runter manchmal schnell manchmal dann doch wieder korrektiv es sieht alles nach gequirkten quark aus also irgendwie nicht so richtig nach etwas verwertbaren doch welchen sinn macht das überhaupt auf die charts zu gucken haben wir doch heute so viele wirtschaftsdaten oder im financial kalender ihr seht das hier so viele informationen die doch viel wichtiger sind als der chart naja ich würde das mal so formulieren natürlich sind diese daten wichtig was hatten wir heute zum beispiel die zinsentscheidung der eznb die hat um 25 basispunkte auf 450 erhöht beispielsweise wir hatten zahlen zu den retail sales also den einzelhandels umsetzen beispielsweise wir hatten initial jobless claims das sind alles wichtige zahlen ppi das sind die produzentenpreis indizes oder erzeuger preise da sind alles wichtige zahlen die heute rausgekommen sind das ist doch viel wichtiger als auf den chart zu gucken und da bin ich anderer meinung denn anstelle dass ich diese zahlen jetzt verwerte und sage mensch das war eine gute nachricht das aber eine schlechte nachricht ihr seht wie viele zahlen hier veröffentlicht wurden und wie viele zumindest mal rot markierte also ganz wichtige zahlen und ihr dürft nicht vergessen es gab ja immerhin die die werte es gab revisionen zu den alten zahlen die werden hier meistens nicht angegeben wird aber von den hardcore analysten natürlich mitverwertet ob alte werte noch mal revidiert wurden in welche richtung das sind eine menge zahlen welche auswirkungen haben das vielleicht ist diese zahl positiv die andere negativ und dann wieder noch eine irgendwo mittendrin die charttechniker machen sie es ein bisschen einfacher die sagen sich okay das sind die zahlen super spannend gar keine frage aber ich gucke darauf wie reagieren die marktteilnehmer sollen doch die anderen entscheiden wie sie es einschätzen denn letztlich werden die anderen ja auch als käufer mit mir im markt sein und gegebenenfalls zu irgendwelchen reaktionen sich hinreißen lassen wenn wir das beim dax sehen dann sehen wir das zum beispiel 10 14 uhr 15 das ist ungefähr hier gewesen also sprich die ezb zinsentscheidung eher für stärkere notierung gesorgt gesorgt hat der kurs hier nach oben gegangen ist allerdings das in einem doch wie ich finde ja immer noch relativ übersichtlich schönen szenario was wir hier haben trotzdem solange wir kleinere korrekturen nach unten bekommen korrektiv also immer irgendwie nicht als hauptstark hauptrend richtung also als starke richtung sondern entweder so drei wellig oder von mir aus mehr wellig mit überschneidung solange wir das bekommen ist wahrscheinlich vorläufig die aufwärts richtung noch die bessere an meinem übergeordneten bild übrigens für all diejenigen die das jetzt nicht einordnen können hat das keinen einfluss egal ob er jetzt noch mal ein bisschen höher geht oder ob er jetzt dreht oder später dreht ich halte es noch immer für relativ realistisch dass wir noch mal ein gutes stück tiefer hier gehen zumindest mal in dem bereich 15.400 da waren wir eigentlich schon aber es dürfte auch 300 oder 200 sein ihr seht das hier an den gelben marken nur viel tiefer also dieser block hier vorne den müsste ich eigentlich auch mal in die länge ziehen hier da möchte ich eigentlich nicht mehr dass er eintaucht also irgendwie sowas unter 15.200 da werde ich dann hibbelig aus bullischer sicht alles was oberhalb ist ist erst noch mal okay muss aber so ein rücksetzer noch mal erlauben im fünf minuten chart zeichnet sich das allerdings beim dax heute nicht ab also bis jetzt zumindest mal nicht ja das mag sich ändern wenn wir mal eine steile abwärtsflanke kriegen so ähnlich wie hier dann allerdings nicht so ein steilen aufwärts move sondern etwas korrektives nach oben denkt immer daran eine seite soll stark sein die andere soll schwach sein haben wir beide seiten stark dann ist es wirklich rum geraten in welche richtung das ganze sich entwickelt also insofern im moment würde man ja sehen hier im fünf minuten chart ist die abwärts seite eher schwach das heißt wer denn will hat hier eher vorläufig noch mal die long seite auf dem auf dem plan allerdings behaltet bitte im hintergrund ist es alles andere als abwegig dass der kurs hier noch mal ein bisschen tiefer geht das muss ja nicht dramatiefer sein aber rechnet damit wenn ihr sagt ist okay alles gut wenn ihr sagt das würde mich tierisch nerven dann überlegt euch wie ihr hier engeres stops implementiert dass ihr sagt okay ich will halt nicht dass der kurs hier irgendwo zu tief runter geht um nicht hier die bewegung zu triggern die uns dann eben dann noch mal mehrere hundert punkte gegebenenfalls noch mal tiefer bringt also so richtig tolle entspannung gibt es also dementsprechend aus meiner sicht noch nicht das übergeordnete bild ist noch nicht abgefrühstückt im nahkampf chart ist der chart aus meiner sicht sehr uneinheitlich die marktteilnehmer wissen nicht so richtig wohin mit ihrer energie wir sehen dass hier an eben genau diesen verhaltensmuster dass die marktteilnehmer doch relativ wackelig abwärts waren jetzt wieder relativ wackelig aufwärts das gesamte bild hier wenn man sich das hier mal anguckt zeichnet sich im großen im mittleren und im kleinen eigentlich durch korrektivmuster aus das heißt es ist halt vielfach hin und her geeiere ihr seht dass das war drei wellig beispielsweise ihr seht das war drei wellig ihr seht das war drei wellig drei wellig sind immer korrektivmuster hier vorne weiß man es vielleicht nicht so richtig aber da hatten wir hier sieht man es jetzt nicht mehr so deutlich aber zumindest ja jetzt auch irgendwie nicht so richtig den durchbruch nach unten geschafft zumindest aktuell nicht kann ja noch werden dass wir abc drei wellig hoch gehen und dann diesen letzten move dann noch mal machen das wäre jetzt mal so my best guess in anführungsstrichen aber nur weil ich umrate solltet ihr euch daran nicht halten sondern das nur als eine möglichkeit mit ansehen und sagen okay kann ich damit leben kriege ich dann für dieses bild noch mal eine indikation zum beispiel eben durch korrektivmuster in die eine richtung nachdem stark der markt in die andere richtung gelaufen war wie sieht es aus beim dow jones das grundprinzip ist dort immer noch genauso uneinheitlich so unübersichtlich also so richtig viel glücklicher seit gestern bin ich damit noch nicht bin da etwas zurückhaltend und in der hoffnungsvollen erwartung dass wir jetzt mal irgendwo durchbruch kriegen ihr seht hier das ist hier ich mach es mal in groß dann könnt ihr es besser erkennen 13 september abends 9 uhr und dann hatten wir so eine bewegung mit vielen 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 rücksetzern die alle überschneidend sind ich habe es in blau jetzt nicht so schön gezeichnet aber wenn ihr hier drauf guckt seht ihr dass die ganzen rücksetze immer mit den vorherigen überschneiden sind das ist kein gutes zeichen interessanterweise ist hier der verlauf naja ein bisschen anders gewesen zumindest mal direkt nach der fett ging es hier erst entschuldigung nach der ezb ging es erstmal hier nach unten allerdings im nachgang dann auch hier erstmal nach oben aber irgendwie gute laune sieht nicht so aus wenn man sich vorstellt dass es auch hier dauernd zu überschneidungen kommt mir gefällt das aus bullischer sicht nicht ehrlich gesagt ich weiß es nicht ich kann ja sein dass es nach oben geht aber typischerweise ist so ein versuch eine starke richtung durchzusetzen nicht wirklich fruchtbar und das wird sich auch bei den anderen indizes nicht groß geändert haben im großen bild das brauchen wir nicht noch mal zu diskutieren und wenn wir hier im fünf minuten chart gucken weil für diejenigen die intra der unterwegs sein wollen jawohl mal einigermaßen scharf hoch aber viel zu tief runter guckt mal hier wieder auf dieses niveau fast schon wieder runter ja es ist wackeliger insofern so ein bisschen die oberhand für die bullische seite und immerhin das ist ja auch relativ steil achtet drauf kriegt ihr so was okay das ist dann wieder etwas da kann man doch mal zwischendurch rein in den markt wenn es so kommt aber lasst euch da nicht hinters licht führen wenn der kurs so hoch kommt wie jetzt getan hat und dann aber wieder steil runter nichts machen ja natürlich kann der wieder hoch gehen aber man erkennt es hier nicht tut euch das selber nicht an lasst haltet euch da ein bisschen zurück und wartet bis eine seite stark ist die andere seite schwach ist und dann macht er gerne mit an der stelle nasdaq natürlich ebenso also da muss ich das nicht noch mal tiefer ausholen es ist das gleiche bild für die ganz kurzfristigen unter euch die jetzt hier mal gucken guckt mal hier die letzte viertelstunde schöner schub nach oben geht es hier wackelig mal nach unten so ein bisschen ähnlich wie das was wir hier hatten schöner schub nach oben geht es wackelig runter sind das so anzeichen für fortsetzung in die richtung erkennt man es gut kann man es machen erkennt man es nicht gut vielleicht eher sein lassen erkennt man es gar nicht definitiv sein lassen das ist vielleicht so die quintessenz die man aktuell aus dem kurzfristigen handel mitnehmen kann denkt dran es gibt gute realistische chancen dass es in den nächsten tagen noch mal runter geht die verhaltensmuster sind da sowohl am dax als auch beim dow jones s&p und nasdaq übergeordnet relativ ähnlich und lassen durchaus vermuten dass der september und oder der oktober auch noch zumindest ein bisschen mehr platz nach unten mitbringt in diesem sinne wünsche ich euch jetzt erstmal alles gute sagt liebe grüße und bis zum nächsten mal